Hey, das ist der Kostkanzler, seid ihr für Angie. Wir machen einen Beweglichkeist-Test und zwar diesmal im Schultergürtel. Wie beweglich bist du im Schultergürtel? Ja, wie weit kannst du aufmachen? Das werden wir jetzt testen. Und wir brauchen dann einen Doppelball bzw. einen Massageball, was du hast. Okay, wir beginnen im Stand. Aufrechter Stand, beide Füße schließen. So, ich muss mal kurz gucken, ob ich Platz habe. Ja, ich habe Platz. So, wir strecken mal Arme aus. Ich habe hier ein Equipment, da kann ich mich meinen Blick drauf lassen. So, und jetzt Schultern entspannt und jetzt öffnest du einen Arm, ziehst sie nach hinten und du guckst aber immer noch auf das Equipment und zieh nicht die Schulter nach hinten. So, das ist unser Ausgangswert. Wie weit komme ich in der Schulter? Dann gehe ich zurück, halte wieder vorne mein Equipment fest und jetzt mache ich das auf der anderen Seite und der Blick ist immer noch auf das Equipment. Öffne, wie weit kommst du und wieder zurück. Okay, das ist der Ist-Wert. Also jetzt gerade haben wir getestet, wie weit kannst du. Und mal gucken, ob du in der nächsten Runde vielleicht sogar weiter kannst. Das brauchen wir jetzt. Wir gehen einrollen, heißt das. Mit den Füßen rauf, mit dem oder mit einem Fuß rauf, hol dir dein Equipment. So, die Zehen rauf, drücken, richtig Gewicht rauf und jetzt können wir richtig schieben, richtig drücken, Gewicht rauf geben. Vielleicht auch schon gleich was spüren. Also eigentlich spürt man immer was, ja. Aber wenn wir unter den Füßen haben wir kleine Schmerzfühler, kleine Schmerzrezeptoren und die spürt man gut, wenn man drückt und schiebt. Drück weiter, schieb weiter, du kennst das hier schon. Und wir strecken mal das Bein, wenn du die Ferse drauf hast. Locker lassen, derselbe Fuß nochmal. Drücken und schieben. Schieb, schieb, schieb. Drück weiter, schieb weiter. Sollte im Fuß was ankommen. Und es kann sein, dass es auch richtig schmerzhaft ist. Ihr wisst, der Schmerzkaner 1-10, 7-8 ungefähr sollte es sein. Den Klapp habe ich gerade erreicht. Locker. Zehen rauf, Ferse am Boden. Jetzt geht es in die Wadendehnung. Bein komplett gestreckt. Andersbein ein Stück nach vorne. Und das Gewicht nach vorne. Vielleicht kriegst du mehr Zug auf den Waden. Das solltest du spüren. Wir dehnen jetzt unseren Zwillingswadenmuskel aus. Oh ja, kann man gut spüren. Wir halten fest. 4, 3, 2, 1. Geh runter mit mir. Beide Füße nebeneinander. Ja, du spürst, du hast auf der einen Seite was getan, auf der anderen noch nicht. Der eine Fuß sinkt mehr ein. Wir nehmen den anderen. Und wir starten. Wieder 10 rauf. Kennst du schon inzwischen. Gewicht rauf. Verlagern. Drücken und schieben. Spüren. Bissi noch. Du spürst es ja selbst bei dir. Dann das Bein einmal strecken. Lass das schon mal schön. So, locker lassen. Zweite Runde. Drücken und schieben. Wir kennen das schon. Weitermachen. Nicht aufhören. Bein strecken. Und jetzt lösen. Und jetzt lösen. Ziehen rein. Fersen in den Boden. Komplett gestrecktes Bein. Du spürst deine Waden jetzt schon. Du kannst sie immer mehr spüren, wenn das Bein nach vorne geht. Und wichtig, du musst den Druck drin lassen. Unten lassen. Spür, was in deinem Waden gerade passiert. Halte das fest. Für 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Beide Füße nebeneinander stellen. Oh, gutes Gefühl. Beide Füße zusammen. Wir machen einen Wiederholungstest. Ich muss da wieder ein Stück nach vorne. So, jetzt habe ich mein Equipment unten. Also nehme ich nur die Hände. Gucke auf meinen Daumen. Gucke auf irgendwas drauf. Und jetzt gehe auf. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Und jetzt gucken wir mal. Kommst du weiter? Hat sich was verändert? Also bei mir ist es ganz klar ein Stück weiter. Andere Seite. Und wir probieren. Und bei mir ist ja die zweite Seite mal die schlechte. Und da hat sich richtig was getan bei mir. Also das ist richtig merklich, dass da was passiert ist. Ja, und ich hoffe, bei dir ist auch was passiert. Nämlich, dass deine Beweglichkeit sich verbessert hat. Der Bewegungsradius sich vergrößert hat. Das wäre das Ziel. Also bleib dran und mach weiter mit Fassion Stretching. с Avengers avergübt. Mua! 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 Vielen Dank.